Ja, aber hier wird doch irgendwas sein, Alter. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, genau. Du bist wieder so ein großer, oder? Ah, scheiße. Das ist ein großer, oder? Oh, komm schon. Ich kann halt auch nichts machen, ne? Da, da trifft halt an. Da, 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 da. Da, 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 da. fast am Arsch, ne. Ich hab halt auch nix mehr zu machen, ne. Der Joker ist der einzige, der wo Dinge hat. Ich kann sowas einsetzen, Alter. Oh, sag doch das gleich. Salzige Papaya. Du kannst, salzige Papaya, Geschenk von Kuba, du kannst das Natrium, Natrium schmink ich dir 20 SPR nicht so bündet wieder her. Alter. Oh, hau rein! Oh, es zieht halt fast nix ab, ne. Oder halt, nicht so viel, wie man gern hätte. Ich bin schminkt. Oh, ich bin so gut. Oh, das ist richtig. Oh, das ist, du? Oh, das ist, du? Oh, das ist's. Oh, das ist das. Oh, das ist so gut. Oh, das ist. Ich bin schmankt. Ah shit! Ah shit! Oh shit! Oh? Oh shit! Äh, so, nochmal lieber Koro. Boah, Alter, wir haben das noch geschafft, ey. Holy shit. Schlafbüß. Eieieieieiei. Schlafbüß. Was? Draußen. Da draußen. Ja, wir sind voll am Arsch. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich brauche nen Shop, Leute. Ich find's immer noch bescheuert, dass mit nem Level Up die Energien wieder hergestellt wird. Ich bin so gut wie im Arsch, Mann. Was ist das? Was ist das? Alice ist da? Sie ist nicht, aber... Ah, mal, 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 mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein... Was ist das, was wir wissen, was wir wissen? Oh... Oh... Alle, schlafen. Shadow. Was ist das da? Was ist das da? Was ist das, was wir? Ja, das ist das alles. Was ist das? Was ist das? Keine Zweifel. Keine Zweifel. Das ist das, was ich. Wo ist das? Was ist das? Was ist das, was ich... Wirklich? Was ist das, was wir jetzt? Was ist das mit der Gluten? Was ich sagen, dass sie mit dir auf Drei-Dal. Was sind das, was das Drei-Dal. Das wäre mir das Sitzige. Das wäre das Medietam. Ich habe es sicher, dass Alice erinnert hat, aber... Suka, hast du schon gesagt, dass du so ein Zeichen hast? Warum hast du so ein Zeichen gemacht? Ich glaube, das ist ein Zeichen, aber... ...das ist eigentlich ein Zeichen. Es ist kein Zeichen für Menschen. Das ist ein Zeichen für mich. Das war es so, was ich. Die Leute, die die Geist haben, haben sie gewonnen. Die Geist war ein Zeug. Warum ist die Geist wieder zurückgegangen? Die Geist ist, dass die Geist ist. Die Geist hat sich in den Pferden geblieben. Die Geist hat die Geist für Alice geblieben. Aber Alice hat nicht gedacht, dass sie das Geist haben. Äh, wir verwenden eine Prang-Akade. Ne, wir lassen es Form annehmen. Äh, wir lassen es sehen. Was ist das? Das ist das Geräusch. Man kann sich das Geräusch verletzen. Man kann sich das Geräusch verletzen. Das ist das Geräusch. Ich habe das Gefühl, dass ich das Ziel für mich nicht vermittelt bin. Ich kann das Ziel anstellen, dass ich das Ziel für dich vermittelt. Ich habe das Ziel für dich. Ich habe es einfach verstanden. Aber wie vor, ist es so gut, dass es weitergeht. Ich habe hier nicht gepasst. Ich habe keine Reise, aber ich habe keine Reise. Ich habe es nur eine Möglichkeit. Ich werde es aber nur noch ein paar Reiseite der Reiseite. Oh-oh. 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 Everyone... heard it, right? The KING is hiding... Sophie? Are you okay? No problem. I know it's the key that I know. The key is to open the door. A key? It's the key. Es gibt eine Kugel. Das ist wirklich. Wie ist das so? Es gibt eine Kugel. Es gibt einen Ort. Es gibt eine Kugel. Aber ich kann nicht hier sein. Ich muss nicht zurückkommen. Wie ist das? Warum ist das? Die Kugel ist verletzend. Die Kugel ist nicht wahr. Ich weiß nicht, was ich. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich habe nur das Gefühl. Vielleicht ist das eine Kugel ist, dass diese Kugel ist der Kugel ist. Das ist das Kugel? Das ist das Kugel? Wenn du so gesagt hast, dass du das Kugel gehört hast, das ist das Kugel. Das ist das Kugel. das Kugel. Du bist das Kugel. Das Kugel ist der Kugel. Das ist die Kugel. Und du kannst dieses Kugel enden. Es ist wichtig. Was ist das Kugel? Die Kugel ist, dass man sich nicht versteht, dass man sich nicht versteht, dass man sich nicht versteht. Entschuldigung. Äh, es ist klar, dass der Schlitz zusammen, aber irgendwo versteckt ist, wo ihn niemand findet. Das ist logisch, dass sie ihn wirklich ein, aber wie ist das möglich? Ja, das ist jetzt mein Geheimnis. Vielleicht ist das vielleicht auch ein Unterschied zwischen Paris und Jail. Das ist das Problem. Das ist das Geheimnis, nicht wahr? Ja, ich muss nicht suchen, dass das Ort. Wo ist das? Ich wusste nicht so weit. Das ist das, was die Musik zuvor. Ich habe es nicht so, dass ich mich nicht so fühle, wie es. Es ist ein Mann, oder? Es ist eine Schule, oder? Das stimmt! Es ist so, Panzer! Ich habe auch gesagt, wie ich in der Schule habe. Panzer... Das ist dann, dass die Schule von Alice in der Schule eingestellt hat. Das ist eine große Möglichkeit. Das wird mir langsam zu kompliziert, was geht ab? Auf jeden Fall müssen wir erstmal nicht ihr äh den Schatz zum Ding bringen, sondern wir müssen ihre schlimmste Erinnerung wahrscheinlich, ist deswegen Gefängnis die sind in ihrem eigenen Gefängnis eingesperrt. Das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht. Was ist das, was ich in der Schule gegangen bin? Ich dachte, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich habe keine Nachrichten. Es gibt nur einen Fake-Fan. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Es ist nicht so, was es? Es gibt auch noch keine Frage. Es gibt auch keine Frage. Es gibt keine Fragen. Es gibt keine Fragen. Ich habe mich überrascht. Wenn ich die Schule nicht verstehe, dann kann ich nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Es gibt keine Fragen. Aber es gibt keine Informationen, oder? Ist das nicht möglich? Hm, was anderes? Ich glaube, dass ich die Frau von Mako schaue. Ich glaube, dass ich keine Ahnung im Urlaub haben werde. Oh, das kann ich auch. Ich glaube nicht, Makoto. Das ist gut, aber... Was hast du gesagt? Ich wusste, dass am Ende auf ihn hinausläuft. Sprech Sie, dass du das? Es ist ein Dich. Der Dich, das ist ein Dich. Du musst nicht mehr sagen, oder? Nein, Dich? Ja, sehr. Das ist eine Dich. Ich mag ihn total. Ganz genau. Ich glaube, es ist so. Ich glaube, es ist kein Problem. Es gibt keine Informationen für die Hielang Alice. Es ist vor allem, dass ich die Zeit für die Hielang Alice habe. Sie werden nicht so schön ausschauen. Und ich bin so schwer, dass ich mich mit dir helfen. Sie haben mich für den Weg. Ich kann mich für die Hielang Alice suchen. Ich hoffe, ich möchte sie mit ihr. Und jetzt sag ich mir gar nicht. Ich komme mit dir mal, Wissen! Ich weiß nicht. Ich will das als Predigt haben. Nur ein wenig Zeit mehr für mich, Sie werden noch etwas vermitteln. Und du hast sie philosophy... Warte, jetzt bitte! Ich meine, wir brauchen zusammen. Mit mir zu werden, ist das ein Dank. ... So, sag mal, schweißen, schweißen. Ah, das war gut. Erstens, du hast die Beziehung. Heiragi Aris ist die Sieg. Konsei-Kolk? Hm. Ah, nein, das ist der Einzige, der von dir ausreichend reagiert, ist der Jungskehle, der nichts damit zu tun hat. Das ist der Jungskehle, der von dir nichts damit zu tun hat. Jetzt ist es so ein Sack, ne? Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Was ist das, warum du bei Alice in der Schule kennengelernt? Die Polizei hat auch die Alice in der Schule. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Ich kann es versuchen. Ich kann es nach der Schule gehen. Geheimnis verraten? Das ist das. Du kannst in den Mund hinein gehen. Entschuldigung. Geheimnis. Geheimnis. Das ist das. Ja. Geheimnis. Ich dachte schon, ich muss da so rein, Alter. Ähm. Ja, ich glaube das werden wir dann nicht ganz machen. Kaffee in den Blanche. Ja, ja. Wieso sind wir eigentlich hier? Achso, wir haben uns hier getroffen, ne? Gehe hin. Was ist denn hier alles? Wollen wir hier auch was einkaufen? Mutter, aber die einzige, die ausverkauft ist, ist die von alles. Ja, aber warum kann ich hier nichts kaufen? Gut, gehen wir da hin. Was gibt's denn da? Ja, aber das sind halt auch nur 20, Alter. Ja, aber das sind halt auch nur 20, Alter. Ja. Ja, das sind halt auch nur 20, Alter. Ja. Ja, wenn wir das hier haben, haben wir es noch gut zu machen. Ja. Okay, was ist das denn? W contribute. Hmm. Ja. Äh, schnell über irgendeine Formel, erstellt 50 TP, eines verbündet wieder. Ja, what? Ey, 50 ist ja mal geil, Alter, das lohnt sich wenigstens. Äh, wie schaut's da aus, was hast du gehabt? Äh, Augentropfen. Achso, Wütend, Heilung, halt dann für Ängstlichen, okay. Aber zum Wiederbeleben hab ich nix, ne, das muss ich wahrscheinlich erst freischalten. Also, Apotheke, Quick-Fix, kann ich mitnehmen? Drei. Deswegen. Verdammt. Wollt wahrscheinlich bei dem genauso sein, ne? Ja, drei. Na, wow. Warte, wir haben da die Penner, alter Urlaub, Alter, was soll denn der Scheiß? Warte, wie schaut's mit der Wendingmaschine aus? Äh, 10, 10, 10. Praktisch so gut, dass man O ruft, statt 10. Das ist so bescheuert. Äh, da ist wieder so ne Wendingmaschine. Das ist der Supermarkt. Was hast du? Äh, what? 20 TP aller Verbündeten. 40 TP aller Verbündeten. Er kostet 2,8, alter. Das sind, das sind, alter, das sind 2800 Yen. 10.000 Yen sind 80 Euro, 1000 Yen sind circa 8 Euro. Ey, das heißt, so ne dämliche Nussmische kostet bei denen, das sind so 24 Euro, alter. Das sind ja immer ganz dicht. 8, 16, 24, ja. Äh. Und dann heizt nicht mal was. Was zur Hölle? Bindung, haben wir 15 Punkte, da können wir mal was machen. So, schauen wir nochmal, was haben wir in der Magiebooster? Die Magie aller Gruppenmitglieder, mehr Schaden durch magische Angriffe. SP erhöhen. Plus 3 SP. Wow. Das ist, wow. Heilungseffekt plus, erhöht den Effekt von Heilgegenständen. Äh. Bindunglevel erhöht sich schneller. Bindungsep plus. Das ist halt eigentlich auch was, was man gleich holen sollte, ne? Gegenstand Drop Raid plus. Erhaltende Geldmenge nach dem Kampf. Bessere Angebote in so viel als Shop. Äh. Bestimmt Bindungsgewehr ermöglicht so viel Sonnenschaub, Rabattaktionen. Für kurze Zeit sind dann bestimmte Artikel günstiger zu haben, nur solche Aktionen günstiger an Gegenstände zu kommen. Drop Raid. Kostet zu viel. Die sind eigentlich wichtig, ne? Stellt nach einem Überfall TP aller Gruppenmitglieder wieder her. Ah, fuck, Alter. Das, was ich brauch. Shit. Jokers Y-Card. Die zwei. Ich brauchte halt eigentlich auf allem mal was, ne? Rackle Heilung. SLSP. Aller Gruppenmitglieder nach Kampfender wieder her. Ah, fuck, Alter. Das brauch ich auch. Wow. Das war leicht bescheuert jetzt gerade. Hä? Oh. Kann ich hier waschen? Sie arbeiten wohl niemand hier. Sie arbeiten noch, wo niemand hier ist. Das sind fleißige Leute. 100 Yen? Mhm. Oh. Wow. 5. Wow. Wow. Was ist mit dir los? Also jemand, der mit dem Leben von anderen Menschen spielt, sie zieht ihre Fenster und Geld aus der Tasche. Du hast das erfasst. Hä, warte, ich will da rein. Halt, warte, das ist hier. Ich kann aber vorher noch was machen, oder? Ey, Sochi, was geht? Nicht, was geht zu planen, aber seid bitte vorsichtig. Okay. Ja, ja, locker bleiben. Kann ich Kaffee mitnehmen? Gib mir Kaffee. Ich kann nicht so gut nach. Mattak. Was du noch nicht gemerkt hast, der Laden hat auf, steht nicht im Weg rum, klar. Hey, ich wollte nur irgendwas klauen, ja. Soll ich mir nicht mehr irgendwas klauen? Der Laden. Oh, ich muss mich nicht mehr. Äh, zum Zielort. Shop nutzen. Mal schauen, was haben wir zum Verhökern. Holy fucking shit, alter. Okay, und jetzt haben wir schon mehr wie vorher. Umkommen zum Ziel. Du hast mehr Geld für's. Damit hätte 400ین Heide-manipulierende-effekte verbündet... Naaah... Oh... Schnellwerk'ne Form mit Effektivität. Stellt 50 dB an generous Verbündeten wieder her. Mit dir geht's gut? Lager'n platzieren. Limitierte Gegenstände werden natürlich ausrücken, wie sie nachbestellt werden. Sokartiges sind nach einer gewissen Zeit wiederverfügbar. Nachbestellt werden, sondern entgültig vergriffen sind, nachdem sie einmal ausverkauft sind. Haferpann. Quick Fix Z steht 100 TP wieder her Ah, Vorrat hat nur eins Komm, mitnehmen Schlafend, Effekte eines Verbündeten Haftverband, 20 TP, ich hab nur vier Superschock Ja, super höher Äh, was gibt's denn da? Es denkt Feuerschaden, Eisschaden, Elektrowind Nuklear, Psychisch, Segen, Fluch Sekt, körperlicher Schaden, Schwach, Sehngürtel Und dann die Arbeit Gieren diese bla 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 Die Haru ist so geil Ja, interessiert uns das Eis Ja, das ist eigentlich nur das, was wir eh schon hatten Ähm, ne, an der Stelle hör ich dann auf Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen Und in der nächsten Folge Hauen wir dann die alles weg Vielleicht Kann sein, dass ihr uns weghaut Das lassen wir mal offen Ähm, okay, und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Macht's gut Und Servus